Hallo ihr Lieben, heute sind wir in der Küche. Heute mache ich Quark. Habe ich euch versprochen, ich zeige es euch. Ja, draußen sind es plus 9 Grad, da kann man nicht viel arbeiten. Deswegen mache ich heute in der Küche Quark, nehme euch mit und zeige euch, wie ich es mache. Schaut immer, wenn ich irgendwo im Laden solche Sachen sehe, die runtergesetzt werden oder kurz vorm Verfalldatum sind, greife ich zu, schlage ich zu, kaufe ich mir das, um es mit Absicht dann für Quark verwenden, also zum selber Quark machen. Bei Milchprodukten, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen erschreckend für die meisten, ich bin da, was das MHD-Datum angeht, ziemlich locker. Vielleicht liegt es daran, dass ich selber ein Dorfkind bin, aber ich weiß, dass die Sachen noch sehr, sehr lange danach haltbar sind und auch besonders bei Joghurt, Buttermilch, also bei Produkten mit Säure, mit Säuregehalt, also wie Joghurt oder Buttermilch, bei denen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Also die kaufe ich mir dann und manchmal sammle ich, manchmal nehme ich halt diese Menge, also mit dieser Menge machen wir heute Quark und ich nehme euch mit und zeige euch, wie ich das mache. Vielleicht mag es ja jemand wiederholen, mir schmeckt mein selbstgemachter Quark um einiges besser als gekaufte, ist doch wohl klar, ich denke, das wird jedem so sein, selbstgekochte, selbstgebackenes oder selbstgemachte schmeckt einfach besser, vor allem, man weiß, was drin ist und wie es gemacht wird und ich esse meinen Quark auch roh. Also das ist jetzt nicht unbedingt Quark, den ich zum Backen nehme oder sonst für irgendwas, für Aufläufe verwende. Diesen Quark esse ich auch so roh, der wird vermischt mit Schmand und Zucker, das ist so ein Leibgericht quasi aus meiner Kindheit und der wird so gegessen und das schmeckt mir einfach. Deswegen mache ich den auch gerne selber. So, legen wir los. Ich fühle die Sachen in einen Topf um. Welche Milchprodukte eignen sich für Quarkherstellung? Also in meinem Fall habt ihr gesehen, das war jetzt Joghurt, 3,5% Fett, Also man kann die Milchprodukte auch mischen, zum Beispiel, wenn man eine offene Sahne hat oder einen offenen Schmand oder Milchbutter und Joghurt. Also es soll schon was säurehaltiges dabei sein. Ich kenne aber auch, es machen viele auch Milch, also normale frische Milch. Ich habe selber noch mit keiner reinen Milch Quark gemacht. Also wir haben Quark aus Dickmilch gemacht und in meinem Fall habe ich jetzt Joghurt und das kommt jetzt auf den Herd bei schwacher Hitze. Ganz langsam wird es erhitzt. Nach kurzer Zeit fängt die Masse sich an zu verändern. Also mein Herd ist eingeschalten auf 3 von 9. Das ist ja so eine schwache Hitze, aber wie ihr seht, verändert sich die Masse. Immer wieder mal verrühre ich das, damit es gleichmäßig verteilt wird. Also man sieht quasi, wie sich die Masse in zwei verschiedenen Konsistenzen teilt. Also einmal sind es so Klumpchen und das andere ist so ein durchsichtiges wie Wasser. So eine Flüssigkeit. Ich weiß auch nicht recht, wie die Flüssigkeit heißt. Vielleicht auch so eine Art Buttermilch oder so. So, ich lasse das jetzt noch ein Weilchen stehen. Es fängt schon an, richtig angenehm zu riechen nach Quark. Und ich muss dazu sagen, das was ich jetzt mache, das ist eigentlich, danach habe ich zwei verschiedenen Konsistenzen, also zwei verschiedene Zusammensetzungen. Einmal ist es der Quark und das andere ist das durchsichtige milchige Wasser. Es ist für mich aber ein ohne Abfall ein Verfahren, weil ich verwende beides. Ich zeige euch dann, was ich damit mache. Und noch kurze Zeit später, bei schwacher Hitze, fängt es an, sich zu teilen. Also man sieht es jetzt richtig gut. Also hier zum Beispiel. Man sieht einfach, wie die Flüssigkeit sich teilt in zwei verschiedenen Konsistenzen. Das ist sozusagen dann die Quarkmasse und das andere, das durchsichtige, ja, ist die andere Masse, wie auch immer sie heißt. Ich weiß es nicht. Ja, irgendeine Art Buttermilch oder... Genau. Und jetzt lasse ich es noch ein paar Minuten so stehen und dann kommt die ganze Masse auf ein Sieb. Also ich muss die zwei Flüssigkeiten trennen. Alleine nur ein Sieb reicht natürlich bei der Masse nicht. Wie ihr sehen könnt, ist die Körnung sehr fein von der Masse. Deswegen lege ich auf mein Sieb noch ein Tuch. Ich habe jetzt meine Mutter gefragt, das heißt Molke. Entschuldigung. Aber ich wusste es wirklich nicht mehr. Irgendwie habe ich den Namen total vergessen. Jeder kennt Molke. Also man kann es auch so trinken. Ich nehme es zum... Also ich backe mit der Molke Brot. Ich nehme es zum Brotbacken statt Wasser. Und ich nehme Molke auch für Pfannkuchen. Also statt Milch. Schmeckt auch wunderbar. Man kann bestimmt auch viele andere Sachen damit machen. Was für Molke noch sehr gut ist, man kann mit ihr die Pflanzen gießen. Also nicht nur gießen, auch gegen viele Krankheiten als Vorbeuge. Aber da die Pflanzen jetzt noch, ja, nicht im Garten sind, sondern kleine Setzlinge, brauche ich das jetzt noch nicht. Deswegen wird die Molke von mir in der Küche verwendet. Aber wenn ich im Sommer noch mal Quark mache, dann freue ich mich über die Molke. Die kann ich dann im Garten verwenden. Aber das zeige ich euch dann soweit. Also die Konsistenz gefällt mir jetzt schon so, wie sie ist. Ich lasse jetzt noch zwei Minuten stehen und dann kommt es über ein Sieb. Ich nehme dieses Sieb, da lege ich aber noch ein Tuch drauf. So sieht die Masse dann jetzt aus. Ich werde es drüber gießen. Was vielleicht noch wichtig ist, nicht zu stark kochen lassen. Einfach geduldig sein. Also von neun Positionen auf meinem Herd habe ich es auf der 3 erhitzt. Und das waren jetzt, ja, 20, 25 Minuten vielleicht. Ich habe ab und zu danach geschaut, ansonsten habe ich meine Arbeit gemacht. Auf niedriger Stufe kann da auch nichts passieren. Weil wenn man es ein bisschen zu heiß macht, dann können diese Quarkteilchen da drin, die werden einfach etwas härter und gummiger. Und das möchte ich ja nicht. Und ich möchte einen zarten, weichen Quark haben. Das ist mein Sieb mit dem Tuch. Das Tuch ist schon, ja, das gehört schon zum Inventar hier. Das nehme ich sehr oft zum Quark machen. Also vorsichtig langsam drüber gießen. Und was noch wichtig ist, diese Masse kann man dann aufhängen zum Abtropfen. Und wenn man eine trockene Masse möchte, dann kann man es auch ausdrücken. Das zeige ich danach, wie das aussieht. Und wenn man es etwas, ja, feuchter möchte, also einen richtigen feuchten Quark, dann lässt man es nicht so lang hängen und lässt es von alleine abtropfen. Also ohne selbst noch dazu beizutragen. Also wie ihr seht, es spritzt ein bisschen, ja, aber das ist halt so. Ich könnte es auch mit dem Schöpfer jetzt rausschöpfen, aber das ist mir jetzt zu lang und zu blöd. Deswegen mache ich es so. Unten steht natürlich ein Topf und fangt die Molke auf. Die ist nämlich sehr wertvoll dabei. So sieht es dann aus, schaut. Auf jeden Fall ist das ein gut gelungener Quark und es riecht auch sehr, sehr gut. Also richtig lecker. Ja, also so Quark hat meine Oma gemacht, meine Mama. Ich mache es so. Ich weiß nicht, ob meine Kinder das jemals machen werden. Ja, auf jeden Fall, das ist der Quark, den ich selber mache. So, das Endergebnis zeige ich euch. Ich lasse ihn jetzt erstmal so abtropfen und wenn ich merke, dass die Masse nicht mehr so feucht ist, dann wird es zu einem Bündel. So, nach circa 5 Minuten sieht man schon den Unterschied. Es ist auf jeden Fall schon eine feste Masse, also eine Quarkmasse. Man sieht es gut. Und jetzt haben wir die Wahl. Entweder mache ich ein Bündel, so kann ich dann ein Bündel machen, zusammen und es aufhängen, zum Beispiel zusammenbinden und aufhängen. Und wenn ich jetzt hierrandrücke, dann kommt der Restflüssigkeit noch raus, es ist aber noch recht warm und dann wird es etwas trockener. Also, ich lasse es jetzt von alleine abtropfen und so hänge ich das jetzt auf. So, ich zeige es euch. So sieht es aus. Ist noch heiß, die Masse, also richtig warm. Ja, in Bündel wie in Omaszeiten. Ich habe es so aufgehängt und so lasse ich die Molke hier in den Topf eintropfen. Und so sieht der Quark aus. Ich habe ihn jetzt aus dem Tuch gelöst. Also, ich habe ihn jetzt nicht extra ausgedruckt, einfach ein Weilchen hängen lassen. Wie ihr seht, es ist ein Unterschied zum Quark, den wir so kennen, so eine cremige Masse. Meine ist etwas trockener. Aber ich denke, das liegt daran, wie lange man ihn hängen lässt zum Beispiel, wie lange man es abtropfen lässt. Also, das ist sozusagen der Quark meiner Kindheit. Die Molke habe ich in ein Glas gefüllt und das stelle ich in den Kühlschrank. Wie gesagt, ich benutze Molke zum Brotbacken. Dazu brauche ich aber nur ca. 350 Milliliter und mit dem Rest mache ich Pfannkuchen. So, und das ist die Konsistenz danach. Ich habe ihn jetzt ein bisschen mit der Gabel gelöst. Natürlich, wenn ich viel Milchprodukte habe, dann mache ich eine große Menge Quark. Also, letztes Mal waren es über ein Kilo Rohgewicht. Ich wiege das nachher und schreibe es unter dem Video drauf, wie viel das Ausgangsprodukt ist. Und dann kann man ihn auch mal zum Backen nehmen oder für andere Speisen. Also, mit diesem Quark kann man auch Kochkäse machen. Habe ich auch als Kind oft gemacht. Wir haben den Käse geliebt. Wer kennt das noch? Oder wer hat das schon mal gemacht? Also, mich würde es interessieren, ob das jemand auch so kennt. Vielleicht aus der Kindheit oder von Omi. Egal, weil ich finde, das ist spannend, wenn man sowas machen kann oder selbst Quarkkäse. Da gab es bestimmt auch verschiedene Rezepte vom Kochkäse. Okay, also das ist jetzt mein Quark. Das wollte ich euch heute zeigen.